So, die Kamera läuft. Sag mal, schwitzt du nicht? Was soll das? Ich bin Weihnachts-Muffel. Und ein Winterspaßmacher. Also hier rot, Weihnachten, aber sonst muss ich sagen, hier bei mir dieses Jahr, da ist nichts mit Deko und sowas. Also wenn man so kleine Sachen in die Fenster stellt und so rot-grün alles und zwei norwegische Waldkatzen hat, das sind so wilde, große Tiere, dann wird damit Fußball gespielt. Das probierte ich letztes Jahr bereits schon. Also keine Weihnachtsdeko, gar nichts. Aber für euch ein Weihnachts-Groß, das ist dann nur, damit es winterlich aussieht und so. Falls jemand im Sommer da reinguckt, dann weiß er, oh, irgendwas stimmt nicht. So, das ist unser Weihnachts-Groß. Einfach, ja, ich möchte tatsächlich sagen, ich freue mich auf das nächste Jahr. Wir drehen auch wieder ein paar Blogs für euch, weil irgendwie fehlt ihr uns, heißt das auf Deutsch. Ja, und viele sprechen mich mittlerweile darauf an, aber endlich Journalisten und so weiter. Wir drehen ein bisschen. Und der englische Blog, das muss ich auch noch sagen, der kommt irgendwann, aber aus Zeitgründen. Ich kann einfach nicht mehr, als ich kann. Bücher, Fernsehsendungen, Artikel. So, aber, damit ihr doch in Weihnachtsstimmung kommt, dann linken wir, verlinken wir jetzt auf unseren Weihnachtssport von 2010, Felix, ne? Ich glaube, ich habe gar keine Ahnung, aus welchem Jahr der war. Ich glaube, ja, weil den habe ich nämlich auch gerade in so einem Kalender getan, auf Facebook. Ich weiß nicht nur, was ich sage. Alt, vier Jahre alt. Und ich verrate, dass man da eventuell den Kameramann sieht, oder? Ja, kann ihn da sehen. Viel Spaß, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Felix? Ja. Achso, ja, ja, ja. Ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch und überhaupt und so. Tschüss.